Jo Leute, was geht? Ich bin's mal wieder, euer Ninja Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich ein Special-Video, denn wir haben Fortnite 3 Fortnite-Figuren gekauft. Oh mein Gott, ey. Und die werden wir jetzt einfach mal zusammen öffnen. Und, äh, ja. Da habe ich auch schon eine. Ja, let's go. Und wir gucken jetzt hier erstmal in die Packung rein. Und hier, äh, und, äh, wir haben, ich weiß nicht, was das alles für Skins sind, aber wir haben hier erstmal ein Lama und ich glaube, Drift Skin. Sie haben eine Maske. Let's go. Und hier. So, und wir haben den ersten jetzt mal hier ausgepackt. Das ist die, also Drift Skin in der Stufe, äh, ich glaube, Drift Skin. Drift Skin Stufe, äh, vier oder vier. Ich glaube, drei. Drift Skin Stufe drei. Oh mein Gott. Nächster Item kommt... Das ist Herr Lama. Oh mein Gott, ey. Herr Lama. Nice Figur. Wirklich nice Figur. Der nächste kommt und das ist... Alter, ich will nicht wissen, was das für ein Skin ist. Bitte. Bitte, komm. Bitte. Okay, hier unten sind auch diese Ständer hier. Und es ist... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Black Bomber. Oh mein Gott, ey. Passt zum Lut Lama. Oh mein Gott. Und ja, das war's mit diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt für diesen Video. Und ja, ich mach auch... Ja, das war's halt mit diesem Video. Und ja, ihr guckt... Ja, Like und Abo nicht vergessen. Und dann, ciao, ciao. Ciao, kakao. Ciao, kakao.